Tadaa! Unsere neue Jugendhilft-Website. Wenn ihr euch gefragt habt, was hinter dem kleinen Bildstück steckt, dann wisst ihr es jetzt. www.jugendhilft.de in seinem neuen Outfit. Wuhuu! So, wir schauen uns das Ganze mal genauer an in einer exklusiven Guided-Tour. Nur für euch, liebes Jugendhilft-Volk. Oh, man sieht, es wird schon bunt. Wir starten mit dem Förderprogramm, dem ersten Reiter. Hier findet ihr alle Informationen über unser Förderprogramm, eine übersichtliche Jugendhilft-Grafik, Informationen zum Fonds, featuring unseren tollen Jugendhilft-Fonds-Film, unbedingt angucken, den Wettbewerb mit Einsendeschluss, jetzt tut es gerade nicht, den Wettbewerb, unsere Coaching-Angebote, das Thema soziales Engagement von Kindern und Jugendlichen und eine Information über unseren Children-Kinder-Beirat. Davon haben wir nämlich fünf Stück in ganz Deutschland. Unter dem Online-Antrag findet ihr alles, was das Herz begehrt, wenn ihr bei uns einen Antrag stellen wollt. Also einfach reinklicken, anmelden und los geht's! Unter aktuelles gibt's natürlich immer wieder die neuesten Neuigkeiten vom Jugendhilft-Büro. Und ganz wichtig, all unsere geförderten Projekte jetzt in unserer übersichtlichen Deutschland-Karte. Reinklicken, anschauen, weiterlesen, selber machen, mitmachen, einfach Jugendhilft! Jugendhilft! Toll! Danke, Julia! Sehr gerne! Im Download-Bereich findet ihr alle wichtigen Bögen, die ihr für die Abrechnung braucht, unser Jugendhilft-Logo oder Berichte und Dokumentation vom Jugendhilft-Büro. Und last but not least, natürlich, wie ihr uns erreicht und vor allem alle Antworten zu allen Fragen, die ihr vielleicht jemals gehabt haben könntet, plus die Teilnahmebedingungen. Also, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail und sagt uns, was immer ihr möchtet und vor allem natürlich, wie toll ihr unsere neue Jugendhilft-Seite findet. Tschüss! Tschüss!